Lässt Torgal immer den Feind angreifen, den Clive gerade anvisiert, solange der Ring angelegt ist? Derselbe Effekt ist im Ring des zeitigen Angriffs enthalten. Okay, dann brauchen wir gar nichts. Okay. Bumpf, gehen wir mal ein bisschen schneller da. Haben keinen Bock, dass ich durch den Wald rennen, wenn es finster ist. Oh, der ist gar nichts, hab ich auch nie gespielt. Ich bin nicht so. Alter, wenn der die kommt, ist so. Oh, ne? Der Ring, der muss richtig lernen werden. Du weißt, was zu tun ist. Fass, Torga! Du weißt, was zu tun ist. Du weißt, was zu tun ist. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. 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 Das geht um die Leidenschaft. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Du weißt, was zu tun ist. Oh, ich mach dieses Ding denn so weit im Süden. Das in 30 FPS füßiger läuft, wenn 60 FPS. Ich schau mal in den Einstellungen dann. Armes Viech wird ihn ja füttern, aber am Ende frisst er noch den Hund. Da haben wir irgendwelche Einstellungen. Boah, Assassin's Creed. Also ich bin jetzt auch nicht so der Assassin's Creed Zocker. Aber ich finde, das eine, was ist denn das für uns? Das, was in Japan spielt? Das finde ich interessant. Das kann cool sein. Die Systemruhe ist auf der Höhe der Bildung und die Qualität der Grafik konzentrieren. Gehen wir ihm einfach aus dem Weg. Oh, warte mal. Siehst, Assassin's Creed hätte ich schon wieder voll vergessen. Das ist das auch nur aus der Kinden-Rush. Ach, das fällt dir erst jetzt ein. Alter, die schnellen Finger da, ne? Was ist denn da? Was ist das? Nein, das ist das Wahnsinn. Hör fast, Torgaz! Hör fast, Torgaz! Hör fast, Torgaz! Du weißt, was zu tun ist! Hör ab Sie mir! Fast, Torgaz! Kaboob! Dort! Das Unterholz ist erledigt. Ich geh wieder vor. Ich bin der Blusy der Einzige, der wo's da oben kämpft. Du schaust auch nicht lustig, so. Nach dir. Herzlichen Dank. 13 Minuten durchstehe. Also da war er so, er durchkäme. Sogar hier gibt's die. Früher soll der Himmel voll mit ihnen gewesen sein. Jetzt stecken sie alle in der Erde. Da könnte man sicher eine Leere draus ziehen. Aber nicht jetzt. Weiter. Kopf einziehen. Naja, aber... Ganz ehrlich, was für ein Pokémon hat sich gut ausgeschaut. Seien wir doch mal ehrlich. Aber... Kamisin ist halt auch das beste Beispiel dran. Das trotzdem unheimlich viel Spaß gemacht hat. Das Game, ne? Was du nicht sagst. Nicht zufällig ein Freund von dir, oder? Nicht zufällig ein paar? Jetzt zufällig ein paar. Bak also... WAH! Ich wäre doch nicht. Da bin ich... Die sind. Er. Oh. Ich bin. Was ist denn der Suchner reagieren, oder? Ja, auch flach, da war der Vogel. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Halt die Augen offen. Wie kommt es denn da drauf? Boah. Vogel, du schaust cool aus. Das erinnert mich jetzt an das neue. Wie heißt das Jedi-Spiel? Ist das Star Wars-Spiel? Da was über die Leinwände erinnert. Einmal Halldruck. Ohne aber viel Schiff. Schade um die schöne Abkürzung. Was ist, Torgal? Kein Fust, wenn du dich einmal verlaufen solltest, halte L3 gedrückt und lass dich von Torgals Spürnase auf den richtigen Weg leiten. Wer ist jetzt einer, kennt sich hier aus. Danke, Torgal. Ja genau, eins von beiden jedenfalls, das ist ein Ei davon. Sechs Hunde kennen sich besser aus als wir. Warum haben die eigentlich die ganzen Tiere Mania? Ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, das interessiert dich nicht. Du weißt, was du tun hast. Los! Ohohoho, also der geht auch mit, die Kombos, ne? Ja, mein Hund geht. Da wäre pissig. Jo, Mann, tschüssi. Mach's gut. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Dach. Bis zum nächsten Mal. Das habe ich nicht gern getan. Nein, ich auch nicht. Aha. Bravies Hundi. Heildrunk. Muss man nicht brauern. Warum bloß vier Stück? Nein. Oh, boh. Oh, boh. Oh, boh. Jetzt bin ich wach. Das will ich hoffen. Das sollte nicht zu lange dauern. Bist du eine tolle Abkürzung? Nee. Ist doch kurz. Nicht ganz so schnell. Aber wenn du mit anpackst, geht's schneller. Das wollte ich gerade haben. Oh, die Units auch bleiben wollen. Oh, hier sind wir im Jax. Und jetzt pull in den Schock. Jetzt. Ach, woher denn? Du weißt, was du totest. Noch, noch, noch. Genug. Da macht mir das ungewöhnlich. Du weißt, was du totest. Hier drin. Du weißt, was das ist, was du totest. Hoorst du kurz, Lass? Hoorst du? Mach auf! Pachnir? Ist das nicht der falsche Name für sowas? Wir sind der Pachnir eigentlich mit der Hunsert. Ach, come on. Umso anschlägt er. Tausend Gild hat der Gott. Gras. Knorrige Schuppe. Vielen Dank, ich nehme alles. Opa. Opa. Cooool. Pein, das auch? Nö. Was hast du davon? Was ich davon hab? Dasselbe wie alle. Was wir wollen und verdienen. Unsere kleine Macke soll uns nicht zu Menschen von geringerem Wert machen. Die Gabe ohne Kristalle Magie zu wirken müsste Achtung verdienen. Doch wir sind Geächtete. Man saugt uns aus und wirft uns weg. Und wofür? Warum lassen wir das zu? Verstehe. Mit anderen Worten, du willst deinen Krieg. Sehr schmeichelhaft. Aber diese Tage hab ich schon lange hinter mir. Nein. Ich möchte nur, dass wir die Wahl haben. So zu sterben, wie wir es uns aussuchen. Und die ist schmutzig. Mögen wir warten. Geil, gibt's da noch irgendwo irgendwas? Ist da was versteckt? Gibt's ein Foto-Modus auch? Oh, ich bin jetzt nicht mehr schwierig dran.